Ein Zwanziger, Christopher Wundt oder Reed. Fassungslosigkeit, Fassungslosigkeit bei den Slowaken. Da war die 93. Minute schon angebrochen. Nichts passiert. Und dann schlägt der Blitz rein. Der Vierer, Winston Reed von Midtjylland in Dänemark, verteidigt er sonst berufsmäßig. Erst im März hat er sich für Neuseeland entschieden und er setzt hier den Kopfball ins Tor der Slowaken. Mit begossenen Pudel sitzen sie jetzt da. Er war machtlos. Jan Mucha war machtlos bei diesem Treffer. Bei diesem Ausgleichstreffer für Neuseeland. Drei Pleiten waren es vor 28 Jahren. Und jetzt wird es wohl ein Punkt sein. Denn er kann gleich abhalten. Wir sind schon fast 94 Minuten alt in dieser Partie. Nochmal ein Wurf für die Slowakei. Winston Reed, gelb fürs Leiberlaufziehen. Und das ist der Schluss für vier. Neuseeland gegen Slowakei 1 zu 1. Ein sensationelles Finish noch in dieser Partie. Wer schläft denn da? Schauen wir genau hin. Wieder die Innenverteidiger und auch Cech ist mit dabei. Das Zuspiel. Herrlich passt ganz genau. Und der setzt dennoch an den Pfosten und von dort hinein. Strufa, der ohnehin schon ein paar Dummheiten im Mittelfeld begangen hat. Ja, in Summe, sage ich, nicht unverdient. Natürlich waren die Slowaken hier die spielerisch besser. Ja, in Summe, sage ich, nicht unverdient.